Wie sagt man so schön, alle Wege führen nach Rom. So kann gesagt werden, alle Spuren führen zur US-amerikanischen privaten Denkfabrik Council on Foreign Relations, kurz CFR, was die Hintermänner der NATO betrifft. Der Fakt der beispiellosen Machtkonzentration der CFA und seines weltweit umspannenden Netzwerkes lässt nur einen Schluss zu. Die NATO muss als eines ihrer Instrumente erachtet werden, um die globalen Ziele des CFA bis hin zu einer zentralen Weltregierung voranzutreiben. Die angebliche Sicherung des Friedens dient dabei einzig zur Legitimation ihrer Existenz und ihrer Operationen im Dienste des CFA. Erstens heizt die NATO die ganze Kriegstreiberei an, ob nun mit Propaganda, Drohungen wie der NATO-Osterweiterung oder realer Aufrüstung usw. In Europa ist ein möglicher Krieg gegenwärtiger wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Zweitens, die NATO zusammen mit der ganzen Kriegstreiberei bis hin zur Kriegshysterie dient als willkommenes Ablenkungsmanöver, um die eigentlichen Ziele der CFA-Strategen voranzutreiben. Nämlich die Errichtung der Eckpfeiler einer zentralen Weltregierung. Am 4. April 1949, also vor gut 75 Jahren, wurde die NATO als Verteidigungsbündnis gegen die damalige Sowjetunion gegründet. NATO steht für North Atlantic Treaty Organization, im Deutschen auch als Atlantisches Bündnis oder als Nordatlantik-Pakt bezeichnet. Mittlerweile besteht die NATO aus 32 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedstaaten. Wichtigstes Prinzip des Bündnisses ist die sogenannte Beistandsklausel in Artikel 5 des NATO-Vertrages. Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird. Im NATO-Artikel 5 heißt es also, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, wird de facto die gesamte NATO angegriffen. Der NATO-Rat stellt den Bündnisfall fest, erklärt wurde er bisher erst einmal, nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001. In der breiten Öffentlichkeit, wie auf der Webseite der deutschen Bundesregierung zu lesen ist, wird die NATO als das erfolgreichste sicherheitspolitische Bündnis der Welt angepriesen. Seit 75 Jahren garantiere sie die Sicherheit Europas. Gute zwei Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine sehen 67% der deutschen Bevölkerung aktuell den Frieden und Sicherheit in Europa sehr stark oder stark bedroht. Dies laut einer Telefonbefragung des ARD Deutschland Trend vom 4. April 2024. 82% der Menschen erachten die NATO als wichtig, um den Frieden in Europa zu sichern. In der Schweiz sprechen sich laut der Studie Sicherheit 2024 52% der Bevölkerung für eine NATO-Annäherung aus, 30% für eine NATO-Beitritt. Die Frage, inwieweit die NATO den Frieden in Europa sichert, scheidet die Geister und beschäftigt die Bevölkerung mehr denn je. In dieser Dokumentation soll genau dieser Frage nachgegangen und ein Blick hinter die Kulissen der NATO geworfen werden. Im Folgenden sollen nun einige der wichtigsten NATO-Operationen genauer betrachtet werden. Es handelt sich hierbei um offizielle Operationen unter NATO-Führung und nicht um Operationen von NATO-Staaten in eigener Regie. Alle ihre militärischen Operationen fanden in der Zeit nach dem Kalten Krieg, also nach 1991 statt. Die ersten dieser Operationen fanden in Bosnien ab Juli 1992 statt. Dies in Form von Seeblockaden, Flugverbotszonen oder sogenannten Friedenssicherungstruppen. Operation Deliberate Force in Bosnien und Herzegowina vom 30.08. bis zum 20.09.1995. In den Jahren 1994 und 1995 schlugen Mörsergranaten auf dem Markt von Markele in Sarajevo ein. Dabei starben um die 100 Zivilisten. Die Mörsergranaten wurden sofort den Serben angelastet. Eine Untersuchungskommission, um die Verantwortung dafür festzustellen, wurde verweigert. Dies ermächtigte die NATO, 1026 Bomben auf 338 Ziele im gesamten serbisch kontrollierten Teil Bosniens abzuwerfen. In zweieinhalb Wochen flogen Jets von acht NATO-Partnerstaaten insgesamt 3.515 Einsätze. Bei den Luftangriffen gab es ca. 27 zivile Tote und nochmals so viele tote Soldaten. Die Situation in Bosnien konnte bis heute nicht wirklich zum Frieden geführt werden. Operation Allied Force in der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien vom 24.03. bis zum 10.06.1999. Operation Allied Force war der Deckname einer militärischen Operation der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Die rund 200 eingesetzten Kampfjets warfen 28.018 Sprengkörper ab, inklusive Streubomben und 10 bis 15 Tonnen Uran-ummantelte Munition. Es lag weder ein UNO-Mandat noch das Eintreten des Bündnisfalls vor. Die NATO begründete die Luftangriffe mit einer vermeintlichen humanitären Katastrophe. Jedoch gab es gemäß mehreren Berichten auch von der OSZE vor Kriegsbeginn keine humanitäre Katastrophe und auch keine ethnischen Säuberungen. Nach Kriegsbeginn jedoch gab es 10.000 tote Soldaten und Polizisten, 489 bis 528 zivile Tote nach Human Rights Watch, 1200 bis 2500 getötete Zivilisten nach jugoslawischer Schätzung, verheerende Langzeitauswirkungen wie Fehlgeburten und schwere Krankheiten durch Uran-Munition. Nach Schätzungen starben 125.000 Menschen an den Langzeitauswirkungen. Die Todesrate in Jugoslawien bzw. Serbien stieg Jahr für Jahr um 2,5 Prozent. Und es gab eine zerstörte Infrastruktur. 110 Krankenhäuser, 480 Schulen, 19 Bahnhöfe, 60 Brücken und Industriebetriebe. Operation Enduring Freedom, OEF in Afghanistan, auf den Philippinen, in Georgien, Kirgistan, am Horn von Afrika, in Somalia und in der Sahara, vom 7.10.2001 bis zum 28.12.2014. Als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September 2001 erklärte die US-Regierung den sogenannten Krieg gegen den internationalen Terrorismus. Der NATO-Rat beschloss daraufhin, die Anschläge als Angriff auf die Vereinigten Staaten unter Artikel 5 der Beistandsklausel des Nordatlantik-Vertrags zu werten. Eine der Maßnahmen im Rahmen dieses Krieges gegen den Terror war die Operation Enduring Freedom, zu Deutsch Operation Andauernde Freiheit. An der von einem US-Zentralkommando geführten Operation waren zwischenzeitlich etwa 70 Nationen beteiligt. Die Operation endete am 28. Dezember 2014. Sie wurde von der NATO-Mission Resolute Support abgelöst, die bis zum 11. September 2021 dauerte. Es handelte sich nicht mehr um einen Kampfeinsatz, sondern um beratende und logistische Unterstützung der afghanischen Regierung. Die NATO hinterließ in Afghanistan alles andere als Frieden und Sicherheit. Innerhalb kurzer Zeit hatten die Taliban die Kontrolle über große Teile des gesamten Landes übernommen. Nach Angaben der Welthungerhilfe sei die humanitäre Lage katastrophal. Viele Beobachter bewerten den internationalen Einsatz in Afghanistan als Fehlschlag. Was die NATO und ihre Verbündeten hinterlassen haben, sind schätzungsweise 240.000 Todesopfer. Allein 43.000 zivile Tote bis 2012. Über 3.500 Soldatinnen und Soldaten der NATO, davon 59 der deutschen Bundeswehr, verloren ihr Leben. Am 17. März 2011 ermächtigte die UN-Resolution 1973 die UN-Mitgliedsstaaten zur Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen, zum vermeintlichen Schutz der Zivilbevölkerung und zur Unterstützung der Aufständischen gegen die Regierungstruppen. Am 31. März 2011 übernahm die NATO das Kommando über den gesamten Militäreinsatz zur Durchsetzung der UN-Resolution 1973. Mit 260 Kampfjets flog die NATO insgesamt 7.587 Luftangriffe. Die Folge waren 50.000 zivile Tote und 50.000 zivile Verletzte. Die Wirtschaftsinfrastruktur wurde größtenteils zerstört und Einrichtungen des großen Wassernetzwerkes zerbombt. Die NATO hat mit ihrem Einsatz in Libyen alles andere als den Frieden gesichert. Seit dem Sturz des Staatsoberhaupts Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 wird Libyen von gewaltsamen Konflikten erschüttert. Die politische Instabilität, der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und der Wirtschaft prägen bis heute das tägliche Leben der Menschen in dem nordafrikanischen Land. Zudem gelangten Millionen von Flüchtlingen über Libyen nach Europa. Vor der angeblichen humanitären Notlage in Libyen hatte das Land unter Muammar al-Gaddafi eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen mit den höchsten sozialen Errungenschaften in Gesamtafrika. Die Behauptung, Gaddafi habe 6000 Menschen getötet, stellte sich als Lüge heraus. Nach dem Sturz al-Gaddafis fing die humanitäre Katastrophe erst an. Weitere Kriege von und mit NATO-Staaten Die von der NATO geführten Operationen verursachten unsägliches Leid mit hunderttausenden Opfern und verheerenden Langzeitauswirkungen. Dazu kommen weitere Kriege von und mit NATO-Staaten wie Vietnamkrieg 1965 bis 1975, wobei das US-Militär großflächig das hochgiftige Herbizid Agent Orange einsetzte. Dies verursachte immense Langzeitschäden an Umwelt und am Erbgut, Fehlbildungen von Füllten und Fehlgeburten. Nach Angaben der Regierung starben bis 2009 400.000 Vietnamesen. Erster Irakkrieg bzw. Zweiter Golfkrieg 1990-1991, Zweiter Irakkrieg bzw. Dritter Golfkrieg 2003, Wobei die Koalition der willigen unter US-Führung 1000 bis 2000 Tonnen panzerbrechende Uranmunition verschoss. Bürgerkrieg in Syrien seit 2011 Militärintervention im Jemen 2011 bis 2015 All diese Kriege haben eines gemeinsam. Die Übel, die der Krieg zufügte, waren größer als das vermeintliche Unrecht, das er beseitigen sollte, um den Frieden im Land zu sichern. Dies verstößt gegen den Grundsatz des internationalen Kriegsvölkerrechts. Und noch eines haben diese Kriege gemeinsam. Sie waren auf Lügen aufgebaut. Der Schweizer Historiker Dr. Daniel de Gansa hat in seinem Buch Illegale Kriege, wie die NATO-Länder, die UNO sabotieren, nachgewiesen, wie in Vergangenheit und Gegenwart illegale Kriege geführt werden, ohne Bündnisfall und ohne ausdrückliches UN-Mandat. Deshalb werden Kriege mit vermeintlichen humanitären Katastrophen oder sonstigen Lügen moralisch gerechtfertigt. Aber wie ist das möglich und wie wird es umgesetzt? Und wenn die Operationen der NATO in der Vergangenheit keineswegs den Frieden sicherten, sollten sie es dann in der Gegenwart tun? Um diese Frage zu beantworten, muss ein Blick hinter die Kulissen der NATO geworfen werden. Wer steckt hinter der NATO und welche Ziele verfolgen sie? Wie sagt man so schön, alle Wege führen nach Rom. So kann gesagt werden, alle Spuren führen zur US-amerikanischen privaten Denkfabrik Council on Foreign Relations, kurz CFR, was die Hintermänner der NATO betrifft. Der US-amerikanische Rechtsanwalt William Bundy schiebt den Studiengruppen der CFR zu, dass sie dazu beitrugen, den Denkrahmen zu schaffen, der zum Marshallplan und zur NATO führte. Bundy war Analyst beim Auslandsnachrichtendienst CIA. Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg in Europa begann, schlug das US-Außenministerium ein Programm unabhängiger Analysen und Studien vor. Dieses wurde den Studiengruppen der CFA übertragen. Das Projekt, das als War and Peace Studies bekannt wurde, sollte die amerikanische Außenpolitik in den kommenden Kriegsjahren und der herausfordernden neuen Welt, die danach entstehen würde, leiten. Auf der Webseite der CFA ist weiter zu lesen, dass die Angelegenheit streng vertraulich gewesen sei. Zitat Denn der ganze Plan würde über den Haufen geworfen werden, wenn allgemein bekannt würde, dass das Außenministerium mit einer externen Gruppe, dem CFR, zusammenarbeitet. Die Rockefeller Foundation stimmte zu, das Projekt zu finanzieren, zunächst widerwillig, aber nachdem sie von seiner Bedeutung überzeugt war, mit fast 350.000 Dollar. In den folgenden fünf Jahren nahmen fast 100 Männer an den War and Peace Studies teil. Vorsitzender des Lenkungsausschusses der War and Peace Studies war Norman H. Davis. Davis war Vorstandsmitglied des CFA ab 1921 und Präsident von 1936 bis 1944. Alan Welch Dulles und Hanson W. Baldwin leiteten die Rüstungsgruppe der War and Peace Studies, wo die Grundgedanken und Entwürfe zur NATO entstanden. Alan Welch Dulles war Vorstandsmitglied des CFR von 1927 bis 1969 und Präsident von 1946 bis 1950. Er war Leiter der CIA von 1953 bis 1961. Als CIA-Direktor autorisierte Dulles verdeckte Mordanschläge unter anderem auf Fidel Castro, Patrice Lumumba und Rafael Trujillo. Lumumba wurde von einem Erschießungskommando ermordet. Zuvor hatte er eine bedeutende Rolle gespielt, den Kongo auf friedliche Art und Weise aus der belgischen Kolonialherrschaft zu führen. Dulles war für die Regierungsumstürze im Iran und in Guatemala verantwortlich. Unter seiner Leitung unterstützte die CIA heimlich gleichzeitig zwei rivalisierende Konfliktparteien in Süd- und Mittelamerika. Sogar die kubanischen Revolutionäre ließ Dulles mit Waffen beliefern. Ganz nach dem Prinzip Divide et impera, zu Deutsch Teile und Herrsche. Dieses Prinzip bezeichnet eine militärische, politische oder auch rhetorische Strategie, die auf eine Spaltung des gegnerischen Lagers zielt. Weiter initiierte Dulles 1953 das CIA-Forschungsprogramm IMCA-ULTRA. Das Programm über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle umfasste unter anderem tausende von Menschenversuchen mit mehreren dokumentierten Todesfällen. Der Historiker Dr. Daniele Ganser kam in seiner Arbeit zum Ergebnis, dass auch der Mord an Präsident John F. Kennedy von Alan Dulles in Auftrag gegeben wurde. Ist es daher nicht verwunderlich, dass die NATO keineswegs den Frieden sichert, da ihre Grundidee unter Mitwirkung eines Mannes Alan Dulles ausgearbeitet wurde, an dessen Händen Blut klebt? Aufschluss über die spätere Gründung der NATO gibt ein Artikel vom Juli 1983 in der britischen Fachpublikation International Affairs. Der Titel lautet Die Pentagon-Verhandlungen im März 1948 Der Start des Nordatlantik-Vertrags Laut den Autoren Case Wiebes und Bert Seaman sollte mit diesem Beitrag die offizielle NATO-Geschichtsschreibung ergänzt werden. Zitat Der offiziellen NATO-Geschichtsschreibung zufolge begannen die Verhandlungen, die zur Unterzeichnung des Nordatlantik-Vertrags führten, am 6. Juli 1948 in Washington. Seit einigen Jahren ist jedoch bekannt, dass die Verhandlungen über einen Sicherheitsvertrag zwischen den Vereinigten Staaten und den westeuropäischen Staaten bereits vor diesem Datum geführt worden waren. Diese Verhandlungen fanden Ende März 1948 unter strengster Geheimhaltung zwischen den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Kanada im Pentagon in Washington statt. Einer der Teilnehmer an diesen geheimen Beratungen spricht von den entscheidenden und geheimen Pentagon-Gesprächen im März 1948, bei denen der Nordatlantik-Vertrag tatsächlich konzipiert wurde. Der International Affairs-Artikel nennt auch die Personen, die die Verhandlungen im Pentagon zwischen dem 22. März und 1. April 1948 führten. Auch hier führen die Spuren der Delegationsteilnehmer, wie könnte es anders sein, zum CFA. Lewis W. Douglas, Leiter seiner Delegation. Er war Botschafter der Vereinigten Staaten im Vereinigten Königreich von 1947 bis 1950. Er war Mitglied der Rockefeller Foundation ab 1935 und im Exekutivkomitee von 1936 bis 1939. Er war im Vorstand des Council on Foreign Relations von 1940 bis 1964. Theodor Achilles, als US-amerikanischer Diplomat in Peru tätig, war ebenfalls Mitglied der CFR. Alfred Grinter, General der US-Army, war Oberbefehlshaber für alle NATO-Operationen von 1953 bis 1956. Robert Cecil war britischer Diplomat und Co-Gründer des Chatham House im Juli 1920, einer privaten Denkfabrik mit Sitz in London. Ein Jahr später wurde das US-Pandor, das CFR, in New York gegründet. Bis 2004 war das Chatham House auch als Royal Institute of International Affairs bekannt. Schlüsselprojekte werden unter anderem von der Rockefeller Stiftung, der Bill & Melinda Gates Foundation und der NATO finanziert. Robert Cecil war Freimaurer. Lester B. Pearson, Leiter der kanadischen Delegation, war der 14. Premierminister Kanadas von 1963 bis 1968. Er war Mitglied der Bilderberg-Gruppe und Teilnehmer am Bilderberg-Treffen 1964. Beim Aufbau der Bilderberg-Gruppe mischten wiederum die Rockefeller Stiftung, die CIA und die CFR mit. Ziel war es, wiederkehrende Konferenzen mit europäischen und US-amerikanischen Politikern und Wirtschaftsführern aufzubauen. 3. Ziele der NATO gleich Ziele der CFR Um die hintergründigen Ziele bzw. den Zweck der NATO zu verstehen, müssen die Ziele des CFR verstanden werden. Auf seiner Webseite gibt sich der CFR bescheiden. Er diene, um zu helfen, die Welt und die außenpolitischen Entscheidungen, vor denen die Vereinigten Staaten und andere Länder stehen, besser zu verstehen. Doch wird sich eine Organisation wohl kaum ein beispielloses, umfangreiches Netzwerk aufbauen, um nur beratende Funktionen auszuüben? Der CFR besetzte während Jahrzehnten nahezu alle Schlüsselpositionen in der US-Regierung und stellte pro Administration, ob demokratisch oder republikanisch, mehrere hundert Spitzenbeamte und Berater. Richard Harwood, der ehemalige leitende Redakteur und Ombudsmann der Washington Post, schrieb über den Council on Foreign Relations anerkennend, dass seine Mitglieder am ehesten dem entsprechen, was man das herrschende Establishment der Vereinigten Staaten nennen könnte. Sie analysieren und interpretieren die Außenpolitik der USA nicht nur, sie helfen sie zu machen. Zu den Mitgliedern des privaten Council on Foreign Relations zählen unter anderem mehrere US-Präsidenten und Vizepräsidenten beider Parteien, nahezu alle US-Außen-, Verteidigungs- und Finanzminister, die meisten Generalstabschefs und Kommandeure des US-Militärs und der NATO, einige der einflussreichsten Kongressabgeordneten, insbesondere Außen- und Sicherheitspolitiker, nahezu alle nationalen Sicherheitsberater, CIA-Direktoren, UNO-Botschafter, Vorsitzende der Zentralbank FED, Weltbank-Präsidenten, sowie Direktoren des Nationalen Wirtschaftsrates, zahlreiche prominente Akademiker, zahlreiche Direktoren von Banken, Denkfabriken, Universitäten, NGOs und Hollywood, sowie die Schlüsselmitglieder der 9-11-Kommission und der Warren-Kommission. Darüber hinaus gehören dem CFA Unternehmen an, die zu den globalen Giganten des Big Business, Big Banking, Big Tech, Big Data, Big Media und Big Pharma gehören. Kurz gesagt, der CFA hat eine unvergleichliche Reichweite und Schlagkraft. Die Macht und der Einfluss, den der CFA ausübt, geht jedoch weit über seine Mitglieder hinaus. In England hat der CFA eine Schwesterorganisation, bekannt als das Royal Institute of International Affairs, auch bekannt als Chatham House, gegründet im Jahr 1920. In Europa hat der CFA im Jahr 2007 den European Council on Foreign Relations ins Leben gerufen. Mit dem Council of Consuls bringt der CFA Mitgliedsorganisationen aus 24 Ländern zusammen, darunter aus Russland und China. Die russische CFR-Mitgliedsorganisation Council on Foreign and Defense Policy führt den Diskussionsclub Valdei, an dem der russische Präsident Wladimir Putin regelmäßig teilnimmt. Das zweiwöchentlich erscheinende Printmagazin The New American brachte es in seiner Ausgabe vom Juli 2021 wie folgt auf den Punkt. Es handelte sich um eine Spezialausgabe zum 100-jährigen Jubiläum der CFA mit dem Titel CFA – noch immer die Macht hinter dem Thron. Die Geschichte der CFA ist eine Chronik eines jahrhundertelangen Krieges gegen die nationale Souveränität und das unablässige Bemühen, um den Aufbau einer allmächtigen Weltregierung zu errichten, die CFA-Globalisten häufig als ihre neue Weltordnung bezeichnet haben. Der CFA übt in der Tat einen beispiellosen Einfluss in politischen, finanziellen, wirtschaftlichen, medialen und akademischen Kreisen aus. Er ist das öffentliche Gesicht, das zentrale Nervensystem dessen, was Kritiker als den tiefen Staat bezeichnen, die nicht gewählte, permanente Regierung, die unser Land in ihre Gewalt gebracht hat. Die Ausgabe endet mit den Worten, Zitat, Der höllische Griff des tiefen Staates auf unsere Nation und auf die ganze Welt, die wird nicht gebrochen werden, wenn nicht mehr Amerikaner und mehr Menschen weltweit aufwachen, die wachsende Kontrolle des CFA aufdecken und sich seiner teuflischen Agenda der neuen Weltordnung widersetzen. Am 17. Februar 1950 sagte der Wall-Street-Banker James P. Warburg, ein Berater von Franklin D. Roosevelt, vor einem US-Senatsausschuss, wir werden eine Weltregierung haben, ob es uns gefällt oder nicht, durch Zustimmung oder durch Eroberung. Er war auch Mitglied der CFA, ebenso wie sein Vater Paul Warburg, der als Vater des Federal Reserve Systems bekannt ist. Inwiefern die NATO eine Schlüsselrolle spielt, um die Agenda einer zentralen Weltregierung umzusetzen, sehen Sie in den nachfolgenden Kapiteln. 4. Wie ist es möglich, Operationen der NATO als Sicherung des Friedens zu verkaufen? Die Propagandamatrix des CFR Die erfolgreiche Umsetzung von geopolitischen Strategien, vor allem die Rechtfertigung von militärischen Mitteln, um vordergründig den Frieden zu sichern, wäre undenkbar ohne die wirkungsvolle Beeinflussung der öffentlichen Meinung. In einer 22-seitigen Studie von Swiss Policy Research vom September 2017 wird die Propagandamatrix des CFA dargestellt. Wie der CFA den geostrategischen Informationsfluss kontrolliert? Swiss Policy Research ist ein unabhängiges Forschungs- und Informationsprojekt zu geopolitischer Propaganda in Schweizer und internationalen Medien. Die Studie legt dar, wie der CFA einen in sich weitgehend geschlossenen transatlantischen Informationskreislauf schuf, in dem nahezu alle relevanten Quellen und Bezugspunkte von Mitgliedern des Councils und seiner Partnerorganisation kontrolliert werden. In den USA wurden tatsächlich nahezu alle bekannten Medien von CFR-Vertretern gegründet oder bereits vor Jahrzehnten aufgekauft. In Deutschland erfolgt die Einbindung der führenden Medienleute, nebst der Bilderberg-Gruppe, insbesondere über die sogenannte Atlantikbrücke. Diese wurde 1952 von CFR- und Weltbankpräsident John J. McCloy zusammen mit CFR-Mitglied und Bankier Eric Warburg gegründet. In der Schweiz erfolgt die strukturelle Einbindung der großen Verlage primär über die Bilderberg-Gruppe sowie über zunehmend enge Kooperationen mit deutschen Atlantikbrücke-Medien. Nachrichtenagenturen Eine besondere Rolle in der Informationsmatrix nehmen die Nachrichtenagenturen ein. Tatsächlich stammen bei internationalen Ereignissen nahezu alle Texte und Bilder, die CFR-Medien verwenden, von nur drei globalen Nachrichtenagenturen. Der amerikanischen Associated Press, AP, der britisch-kanadischen Thomson Reuters und der französischen Agence France-Presse, AFP. Während Reuters und AP direkt in den Council eingebunden sind, gehört die AFP dem französischen Staat, der seinerseits über die Bilderberg-Gruppe und die NATO in die transatlantischen Strukturen integriert ist. Nichtregierungsorganisationen, NGOs und PR-Agenturen Auch ohne Nichtregierungsorganisationen wäre es kaum denkbar, militärische Operationen der breiten Bevölkerung zu verkaufen. Diese täuschen den Völkern eine größere Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit vor. Tatsächlich sind die Direktoren von Amnesty International, Human Rights Watch und vieler weiterer vordergründig humanitärer Organisationen jedoch seit Jahrzehnten in den CFA eingebunden. Zahlreiche andere werden von CFA-Milliardären wie George Soros finanziert und gelenkt. Swiss Policy Research schreibt, dass solche NGOs immer dann zum Einsatz kommen, wenn es gilt, eine Militärintervention humanitär zu legitimieren. So verifizierte Amnesty International bereits 1991 öffentlich die von einer amerikanischen PR-Firma erfundene Brutkastenlüge und trug damit wesentlich zur Lancierung des Golfkriegs bei. Auch auf dem Balkan, in Afghanistan und Libyen forderten Amnesty International und Human Rights Watch auf Basis fragwürdiger bis falscher Behauptungen humanitärer Militärinterventionen. Die Behauptung, Gaddafi habe 6000 Menschen getötet, stellte sich als Lüge heraus, so Swiss Policy Research. Der Golfkrieg war eben erst beendet und die Brutkastenlüge aufgedeckt, da war die USPR-Agentur Roderfin bereits in den Balkankriegen aktiv und bereitete den publizistischen Boden für die folgende NATO-Intervention. Der damalige Direktor von Roderfin erklärte in einem späteren Interview, warum seine Firma beispielsweise die Falschmeldung von serbischen Todeslagern in Bosnien verbreitete. Wir haben die Existenz von Todeslagern in Bosnien nicht bestätigt. Wir haben nur bekannt gemacht, dass das US-Magazin Newsday dies behauptet hat. Wir hatten einen Auftrag und wir erledigten ihn. Wir werden nicht dafür bezahlt, moralisch zu sein. Zu nennen sind auch vermeintlich humanitäre Organisationen wie E-Vars oder Campact mit ihren Online-Petitionen. Statt Unterstützung für den Regenwald fordern sie dann plötzlich eine Flugverbotszone über Libyen. 5. Operationen der NATO können als Sicherung des Friedens verkauft werden, weil nicht nur die Propagandamatrix, sondern auch die NATO selbst fest in den Händen des CFR ist. Swiss Policy Research schreibt, Der CFR unterhält seit Jahrzehnten ein eigenes Ausbildungsprogramm für Offiziere, sodass inzwischen, Schätzungen zufolge, rund 75 Prozent aller höheren US-Militärs vom CFR ausgebildet wurden, inklusive nahezu aller Generalstabschefs, NATO-Oberbefehlshaber und Gebietskommandeure seit dem Zweiten Weltkrieg. Auf diese Weise hat sich der Council eine ideologisch geschulte imperiale Streitmacht aufgebaut, wie man dies sonst fast nur von totalitären Regimen her kennt. Auf der Webseite des CFR ist über das militärische Ausbildungsprogramm zu lesen. Das Programm ermöglicht es, den ausgewählten Offizieren ihr Wissen über internationale Beziehungen zu erweitern, indem sie ein Jahr am Hauptsitz des CFR in New York verbringen, durch die intensive Teilnahme am aktiven Programm von CFR-Treffen und Veranstaltungen, sowie durch die Interaktion mit den vielfältigen Mitgliedern des CFR. Auch die Spuren der NATO-Generalsekretäre und Supreme Allied Commanders Europe, kurz SACUR, weisen auf die Bilderberg-Gruppe bzw. den CFA hin. Der Generalsekretär vertritt als oberster Repräsentant der NATO die Organisation in der Öffentlichkeit. Er ist immer aus Europa. Der SACUR ist immer ein US-amerikanischer General oder Admiral und hat den militärischen operativen Oberbefehl. Ein beachtlicher Teil der Generalsekretäre und SACURs waren Teilnehmer an Bilderberg-Konferenzen. Die Liste mit den Namen finden Sie im Abspann. Sechstens. Die NATO als Instrument, nicht um den Frieden zu sichern, sondern vielmehr um die globalen Ziele des CFR bis hin zu einer zentralen Weltregierung voranzutreiben. Der Fakt der beispiellosen Machtkonzentration des CFR und seines weltweit umspannenden Netzwerkes lässt nur einen Schluss zu. Die NATO muss als eines ihrer Instrumente erachtet werden, um die globalen Ziele des CFR bis hin zu einer zentralen Weltregierung voranzutreiben. Die angebliche Sicherung des Friedens dient dabei einzig zur Legitimation ihrer Existenz und ihrer Operationen im Dienste des CFR. Ein geopolitisches Ziel der CFR-Strategen dürfte sicher sein, die militärische Vormachtstellung der US-Armee und der NATO in der Welt zu sichern, wenn nicht sogar auszubauen. Laut einem Update vom Juni 2023 haben die US-Streitkräfte schätzungsweise 750 Militärstützpunkte in mehr als 80 Ländern außerhalb der USA. In Deutschland sind es 119 militärische Einrichtungen. In einer visuellen Datenbank werden 56 NATO-Basen weltweit angezeigt. Zu erwähnen ist die Militärbasis Camp Bondsteel der US-Streitkräfte im Kosovo. Diese wurde nach der Operation Allied Force der NATO gegen Jugoslawien im Juni 1999 errichtet. Der Stützpunkt umfasst 386 Hektar und beherbergt bis zu 7.000 Soldaten der US-Armee und verbündeter Truppen. Die Strategie der Spannung als geopolitisches Instrument der Architekten einer Weltregierung, ihre politische und militärische Weltmacht weiter auszubauen. Doch jeder Geostratege, der seine politische und militärische Weltmacht weiter ausbauen möchte, setzt nicht in erster Linie auf konventionelle sogenannte heiße Kriege, sondern darauf, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu halten. Dies wird auch als Strategie der Spannung bezeichnet. Im Krimpedia ist folgende Definition zu finden. Die Strategie der Spannung als politischer Begriff bezeichnet die vom staatlichen Organen geförderten bzw. ausgeführten Maßnahmen zur Angstschürung oder Verunsicherung der eigenen Bevölkerung bzw. des eigenen Staates. Zudem kann eine Strategie der Spannung der Rechtfertigung staatlicher repressiver Handlungen und Eingriffe dienen, indem das Verlangen der Bevölkerung nach staatlicher Intervention gestärkt wird. Kommt das nicht bekannt vor? Die vermeintliche Corona-Pandemie lässt grüßen. War es doch nur möglich, mit Hilfe von Angstschürung und Verunsicherung repressive Maßnahmen zu rechtfertigen. Doch zurück zum Begriff Strategie der Spannung. Der Begriff Strategy of Tension wurde erstmals 1969 in einem Artikel der britischen Sonntagszeitung Observer verwendet. Er bezog sich auf verdeckte Operationen des italienischen Staates. In den Jahren von 1969 und 1984 gab es in Italien mehrere Terroranschläge mit mehr als 200 Toten und etwa 600 Verletzten. Diese wurden den Roten Brigaden einer linksradikalen Gruppierung in die Schuhe geschoben. Umfangreiche Ermittlungen des venezianischen Untersuchungsrichters Felice Casson führen ihn auf die Spur eines der eigentlichen Täter, des Rechtsextremisten Vincenzo Vinciguera. Dieser legte ein umfangreiches und folgenschweres Geständnis ab. Vinciguera sagte aus, dass er von Personen aus dem Staatsapparat gedeckt worden sei und dass das Attentat Teil einer umfassenden Strategie gewesen sei, die Casson später als Strategie der Spannung bezeichnete. Diese Vorgehensweise zielte auf die Diskreditierung der in Italien traditionell starken kommunistischen Partei ab, um deren Regierungsbeteiligung zu verhindern. Casson ermittelte weiter und deckte nach Recherchen in den Archiven des Militärnachrichtendienstes SISMI die Existenz einer hochgeheimen, komplexen Struktur innerhalb des italienischen Staates auf. Es handelte sich um sogenannte Stay-Behind-Organisationen, die in Italien Gladio genannt wurde. Gladio ging aus der Kooperation des italienischen Nachrichtendienstes der Streitkräfte SIFAR mit der CIA hervor und war seit 1964 in die NATO integriert. Richtig verstanden. Es handelte sich um NATO-Geheimarmeen, die nach dem Zweiten Weltkrieg vom US-Geheimdienst CIA zusammen mit dem englischen Geheimdienst MI6 aufgebaut wurden. Im Falle der sowjetischen Besetzung der Länder sollten sie als Guerilla kämpfen und Westeuropa befreien. Der Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser fand in seinem Forschungsprojekt zu den NATO-Geheimarmeen Anzeichen dafür, dass es neben der Operation in Italien ähnliche Netzwerke gab, und zwar in Frankreich, Deutschland, Griechenland, Holland, Belgien, Spanien, Portugal, Norwegen, Luxemburg, Dänemark, Österreich, Finnland, Schweden und der Schweiz. Gemäß Historiker Daniele Ganser eignet sich Terror mehr als irgendeine andere militärische Strategie dazu, die Bevölkerung zu manipulieren. Mit Methoden zur Erzeugung und Manipulation von Angst soll die einheimische Bevölkerung für bestimmte politische oder wirtschaftliche Maßnahmen empfänglich oder feindlich gemacht werden, so Ganser. Wie kann eine Bevölkerung besser manipuliert und für eine zentrale Weltregierung empfänglich gemacht werden, als durch die Erzeugung von Angst und Verunsicherung? Doch die Methoden, um eine Bevölkerung in Angst und Strecken zu setzen, beziehen sich nicht nur auf Terror mit Waffengewalt, sondern auf jegliche Kriegsrhetorik. Zum Beispiel führte der sogenannte Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion von 1945 und 1991 zu einem regelrechten, auch atomaren Wettrüsten. Ein direkter, offener Krieg mit Waffeneinsatz wurde zwar vermieden, aber die wechselseitige Androhung eines Atomkrieges unter dem Begriff Abschreckung beschwor erstmals die mögliche Selbstauslöschung der Menschheit, Overkill, herauf. Der Konflikt nahm mehrmals äußerst bedrohlichen Charakter an, sodass die Möglichkeit eines heißen Krieges zwischen den Supermächten immer im Bewusstsein war. So wurde die Bevölkerung durchgehend unter Spannung und Verunsicherung gehalten. Dies spielte den Regierungen und der Rüstungsindustrie in die Hände, um Menschen ihre Bürgerrechte und Freiheiten zu berauben oder sonst wie Profit zu schlagen. Dasselbe Muster ist auch in der gegenwärtigen Rhetorik rund um den Ukraine-Russland-Konflikt zu erkennen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 kam dann die NATO an die Reihe. Richtig verstanden, mit der sogenannten NATO-Osterweiterung ab 1999 gelang es den geopolitischen Strategen, das Konfliktpotenzial mit Russland aufrecht und die eigene Bevölkerung unter Spannung zu halten. Bei der ersten NATO-Osterweiterung 1999 waren es Polen, Tschechien und Ungarn. 2004 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien. 2009 Albanien und Kroatien. 2017 Montenegro. 2020 Nordmazedonien. 2023 Finnland. 2024 Schweden. Ein absoluter Höhepunkt der Konfrontations- beziehungsweise Spannungspolitik mit Russland wäre ein NATO-Beitritt der Ukraine. Mit einem NATO-Beitritt der Ukraine würde die Beistandsklausel ausgelöst und alle NATO-Staaten befinden sich im Krieg mit Russland. Es ist davon auszugehen, dass dies eine Ausbreitung des Krieges auf ganz Europa, wenn nicht auf die ganze Welt zur Folge hätte. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk im März 2024 bekräftigte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, er könne nicht genau sagen, wann die Ukraine in das Bündnis aufgenommen werde, aber wir arbeiten hart daran, dass es so schnell wie möglich geschieht. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Rande des Festaktes zum 75-jährigen Bestehen der NATO, Zitat, Die Ukraine wird NATO-Mitglied. Unser Ziel bei diesem Treffen ist es, dabei zu helfen, eine Brücke zu ihrem Beitritt zu bauen. Blinken, Sie werden es erahnen, ist Mitglied im CFA. Seit längerem wird kontrovers darüber debattiert, ob es während Verhandlungen im Jahr 1990 ein solches Versprechen gab, dass die NATO nicht nach Osten ausgeweitet wird. Fakt ist, dass es keine verbindliche und vertraglich festgelegte Zusage an die Sowjetunion bzw. gegenüber Russland gibt. Wladimir Polenow, Mitglied der russischen Delegation, bei den Verhandlungen 1990 sagte, Ob mit oder ohne Versprechen, dürfte den CFA-Strategen egal sein. Die NATO hat ihren Zweck, die Strategie der Spannung aufrechtzuhalten, erfüllt. Dafür gibt es aber ein anderes aufschlussreiches Versprechen zwischen der russischen und US-amerikanischen Regierung. In der Ausgabe vom 14. April 2014 erwähnte der deutsche Schriftsteller Rolf Hochhuth in der Berliner Zeitung, dass Kreml und Weißes Haus seit 1952 ein Geheimabkommen haben. Demzufolge sollte doch der Kalte Krieg in einen heißen Ausarten garantiert in Russland und Amerika keine Fensterscheibe kaputt geht, sondern lediglich Polen und Deutschland weggemacht werden. Der ungeheuerlichste Verrat an einem Verbündeten, von dem je erfahren hat, wer noch Geschichte liest. Solch eine Strategie, dass ein Krieg auf dem Rücken der europäischen Bevölkerung ausgetragen wird, ist den CFA-Strategen durchaus zuzutrauen. CFA-Stratege Ellen Dulles machte es als CIA-Direktor von 1953 bis 1961 schließlich vor, als er rivalisierende Konfliktparteien gleichzeitig mit Waffen belieferte. Dass es sich dabei nicht nur um eine weithergeruhlte These handelt, zeigt ein Artikel vom 22. April 2024 im Journal Foreign Affairs, das im Auftrag des Council on Foreign Relations vierteljährlich herausgegeben wird. Der Titel des Artikels sagt schon alles. Europa, aber nicht die NATO, sollte Truppen in die Ukraine senden. Der deutsche investigative Journalist Thomas Röper kommentierte den Artikel unter anderem, Zitat, Und da die europäischen Streitkräfte außerhalb des NATO-Rahmens und des NATO-Gebietes agieren würden, würden etwaige Opfer nicht zu einer Reaktion nach Artikel 5 führen und die USA auf den Plan rufen. Der Gegner Russlands wäre nicht die NATO, sondern eine Koalition europäischer Staaten, die ein Gleichgewicht gegen den nackten russischen Imperialismus anstreben würden. Eine Strategie wie aus dem Lehrbuch. Wie es im Lehrfilm, wie funktionieren moderne Kriege, dargestellt wird. Der Angreifer bringt seine erwählten Länder dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seinen größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen oder um sich als Retter feiern zu lassen. Sehen Sie dazu auch die sogenannte Stratfor-Rede von 2015 des US-Geostrategen George Friedman. Demnach sehen die USA ihre größte Bedrohung in einem möglichen deutsch-russischen Bündnis. Ein Krieg in Europa mit Deutschland und Russland lege im Interesse US-amerikanischer Vorherrschaftspolitik. Man denke auch an die bekannten Äußerungen des britischen Lords Hastings Ismay in seinem Amt als erster Generalsekretär der NATO. Die NATO sei gegründet worden To keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Zu deutsch, um die Sowjetunion draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen klein zu halten. Kann diese Äußerung wirklich nur im Kontext der NATO-Gründung verstanden werden, wie es die Boulevard-Medien tun oder hat es gerade auch heute noch seine Gültigkeit? 7. Schlussfolgerung Die NATO kann nicht als Garant für die Sicherung des Friedens erachtet werden, schon gar nicht in Europa, aber als Garant für die Bauherren einer neuen Weltordnung und dies in zweierlei Hinsicht. Für die Bauherren einer neuen Weltordnung unter zentraler Führung erfüllt die NATO ihren Zweck in zweierlei Hinsicht. 1. Die NATO als Kriegstreiber 1. Heizt die NATO die ganze Kriegstreiberei an, ob nun mit Propaganda, Drohungen wie der NATO-Osterweiterung oder reale Aufrüstung und so weiter. In Europa ist ein möglicher Krieg gegenwärtiger wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Auf der Webseite der Bundeswehr ist von einem Operationsplan Deutschland zu lesen, kurz O-Plan-Doi. Der Operationsplan Deutschland sei eine gesamtstaatliche Verteidigungsplanung mit folgenden Zielen. Einerseits wörtlich, um gemeinsam mit anderen staatlichen und zivilen Akteuren Deutschland, dessen territoriale Integrität und seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen und zu verteidigen. Andererseits, um den Aufmarsch der alliierten Streitkräfte über und durch Deutschland an die NATO-Ostflanke sicherzustellen. Einen weiteren Höhepunkt erreichte die Kriegstreiber-Rhetorik am 31. Mai 2024. Die Außenministerinnen und Außenminister der NATO trafen sich in Prag. Auf der Agenda standen die Vorbereitungen des Gipfeltreffens in Washington im Juli 2024 und die NATO-Unterstützung für die Ukraine. Die Schlagzeile in den Boulevard-Medien lautete Die USA und Deutschland erlauben den Einsatz ihrer Waffengegenstellungen in Russland, allerdings nur bei Kharkov. Wobei die ukrainische Regierung bereits am 3. Juni darauf drängte, dass der Umfang der Anwendung westlicher Waffen auf russisches Territorium ausgeweitet werde. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Das Recht auf Verteidigung leite sich aus dem Völkerrecht ab, sagt die NATO. Bündnisgeneralsekretär Jens Stoltenberg hat die Alliierten aufgerufen, der Ukraine weiter Waffen und Munition zu liefern. Die Antwort Russlands kam postwendend. Russland sieht die NATO-Aktion als ernste Eskalation und droht mit massiver Antwort. Dimitri Medvedev von 2008 bis 2012 Präsident Russlands und seit 2020 stellvertretender Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation schrieb auf seinem Telegram-Kanal Am 27. Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Anfang Juni 2024 sprach der russische Präsident Wladimir Putin von einer asymmetrischen Antwort. Eine sogenannte symmetrische Antwort, dass Russland NATO-Gebiet angreifen wolle, bezeichnete er als Bullshit. Putin wörtlich Wir denken darüber nach, dass falls jemand es für möglich hält, Waffen in die Kampfzone zu liefern, um Angriffe auf unser Gebiet durchzuführen, warum wir dann nicht das Recht haben sollten, solche Waffen in Weltregionen aufzustellen, wo Angriffe auf sensible Objekte derjenigen Länder ausgeführt werden, die das in Bezug auf Russland tun. Zweitens die NATO als Ablenkungsmanöver Zweitens die NATO zusammen mit der ganzen Kriebstreiberei bis hin zur Kriegshysterie dient als willkommenes Ablenkungsmanöver, um die eigentlichen Ziele der CFR-Strategen voranzutreiben, nämlich die Errichtung der Eckpfeiler einer zentralen Weltregierung. Dabei ist die militärische Überlegenheit nur eine von mehreren. Zu den wichtigsten Eckpfeilern zur Errichtung einer neuen Weltordnung gehört die Kontrolle und Macht über die Gesundheit und über die Finanzen. Gerade im Bereich der Gesundheit soll mit dem neuen WHO-Pandemievertrag und den überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften die Kontrolle über Gesundheitsmaßnahmen weltweit zentralisiert werden. Der WHO, die ebenso wie die UNO in den Studiengruppen der CFA entworfen wurde, würde dann die alleinige Deutungshoheit über Krankheiten und Entscheidungsbefugnis über Maßnahmen übertragen werden. Ein weiterer zentraler Eckpfeiler ist die Hoheit über die Finanzen. Derzeit wird im Hintergrund weltweit samt Russland und China die Einführung digitaler Zentralbankwährungen vorbereitet. Laut dem deutschen Finanzexperten Ernst Wolf soll jeder Bürger und jedes Unternehmen nur noch über ein einziges bei der Zentralbank angelegtes Konto verfügen. Das würde dem Staat ermöglichen, die Geldmenge zentral festzulegen, Geldströme zu steuern und zu kontrollieren und Zinssätze je nach Bedarf festzusetzen. Zitat Ernst Wolf. Die Bürger werden sehr schnell mitbekommen, dass der Staat nicht nur jede einzelne Transaktion nachverfolgen, sondern ihnen nebenbei individuelle Zins, auch individuelle Steuersätze oder auch Strafzahlungen auferlegen, das Geld an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild binden oder sie von allen Finanzströmen ganz abschneiden könnte. Dies sind nur zwei Beispiele, wie Macht und Kontrolle weltweit zentralisiert und einer Weltregierung übertragen werden sollen. Die NATO dient dabei als erstes, die militärische Vormachtstellung sicherzustellen und als zweites von allerlei Weltherrschaftsbestrebungen, die auf Hochtouren laufen, abzulenken. KlarTV hat diese Bestrebungen in vielen Sendungen aufgedeckt. Einen Teil davon finden Sie in der blauen Infobox. Liebe Zuschauer, vielleicht fühlen Sie sich jetzt erschlagen von all diesen Fakten und sehen keinen Ausweg. KlarTV bekommt oft Rückmeldungen aus dem Publikum, dass wir nur Probleme aufzeigen und keine Lösungen präsentieren. An dieser Stelle können wir uns allerdings nicht dafür entschuldigen, dass unsere Lösungsansätze nicht im sichtbaren Bereich wurzeln. Angesichts all dieser massiven Bedrohungen schöpfen wir unsere Kraft und Hoffnung seit Jahrzehnten aus einer höheren Dimension, von der Ivo Sasek immer wieder zeugt. Für alle, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, möchten wir auf unser reichhaltiges Angebot an lichtvollen Konferenzen hinweisen unter www.ivo-sasek.ch und www.sasek.tv Sehen Sie zum Schluss drei kurze Ausschnitte aus der Rede des KlarTV-Gründers Ivo Sasek, die er am 4. Mai 2024 am internationalen Freundestreffen hielt. Sasek spricht über die Waffe der Ablenkung vor dem eigentlich verdeckten Weltkrieg und von einem heilbringenden Ausweg daraus. Wir müssen dringend verstehen lernen, dass sich die Zeiten geändert haben. Die gegenwärtig analog geführten Kriege, das heisst, die physischen Kriege mit ihren Panzern, Helikoptern, Marschflugkörpern und dergleichen, die haben heute eine ganz andere Funktion. Wisst ihr welche? Diese konventionellen Kriege, die gerade geführt werden, sie dienen gegenwärtig vorwiegend als Waffe der Ablenkung vor dem eigentlich verdeckten Weltkrieg. Versteht ihr? Die Kriege selber, überlegt euch gut diesen Satz, den ich spreche, die Kriege selber, die gerade geführt werden, sind Ablenkungsmanöver, um den viel grösseren laufenden Krieg zu bedecken. Wenn es ihnen gelingt, die ganze Welt durchzuimpfen, diese Gentherapie, kannst du verstehen, wie das geht. Der gegenwärtig hybride Krieg hingegen umfasst tatsächlich den hintersten und letzten Menschen dieses Planeten. So wahr, Onkel Bill gesagt hat, erst wenn jeder Mensch unter diesem Himmel durchgeimpft ist, sind wir in Sicherheit. Ihr wisst ja, Onkel Bill, Bill Gates. Dass der verborgene Angreifer, er rechnet damit, das hat er niedergeschrieben vor 120 Jahren schon, ich habe es da oben schriftlich, er rechnet damit, dass erst dann wir richtig begriffen haben, erkannt haben, wer unsere Angreifer sind, wenn es schon weit zu spät ist. Warum? Weil dann jede Opposition mittels der digitalen, bargeldlosen Totalüberwachungstechnologie mit einem einzigen Knopfdruck Schachmatt gesetzt werden kann. Jetzt, in diesen unseren Tagen, an diesem Tag der Entsperrung, wie ich ihn heute nenne, zückt Gott gleichsam seinen härtesten, schärfsten Pfeil, seine mächtigste Waffe. Welche Waffe ist das? Reden wir hier gerade von physischen Waffen? Nein, 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 eben gerade nicht. Seht, Jahrtausende haben uns doch gelehrt, dass physische Waffen zu immer nur noch schlimmeren Kriegen und noch tödlicheren Waffenschöpfungen führen müssen. Haben wir doch gelernt, ja. Und die wahren und einzig wirklich heilbringenden Waffen Gottes sind darum die Waffen des Geistes, die Waffen des Wortes, die Stärkste, die es gibt unter dem Himmel. Die Wahrheit zum Beispiel gesprochen, aber nicht wie bislang als schwächliches oder gar gesetzlich tötendes Menschenwort, sondern die Wahrheit gesprochen zufolge ergehender Kraftwirkungen und machtvollen Beglaubigungen der ontischen Macht. Seht ihr den Unterschied? Nur noch eine einzige Waffe darf von uns in diesem angekündigten Endkampf verwendet werden, bedeutet das. Man rollt den roten Teppich aus, lässt die Hymne schallends raus, stolz die Fahne zum Himmel ragt, Frieden, Frieden wird so oft gesagt. Über 50 Tote zur gleichen Zeit, Tausende Verletzte beklagen ihr Leid, schwarzer Rauch zum Himmel steigt, aus fauler Kehle meiner Frieden schreit. Wie eine goldene Sonne am Viermarmel, wünschen wir uns Frieden so als Ziel am Ende. Friede ist kein Fernziel, Friede ist der Weg, Friede eingefährt, auf dem man sich bewegt. Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Friede, 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 das ist Gott in mir. Der Tief in meinem Herzen regiert, weich über Logik und Verstand existiert, sich als gemeinschaftlicher Friede in uns manifestiert. Auf fünf Kontinenten wüten Kriege, Menschen täglich im Sterben liegen. Nicht genug zettelt man Neues an, Nordkorea, Russland oder der Iran. Der Hals stört sich zu, der Puls steigt, und wie viel Ehlen doch, bis sich Frieden zeigt. Die Faust ballt sich fest, nur wie ein Stein, wenn Friede in dir ist, wird auch Frieden sein. Wie eine goldene Sonne am Firmen am Ende, wünschen wir uns Frieden so als Ziel am Ende. Friede ist kein Fernziel, Friede ist der Weg, Friede eingefährt, auf dem man sich bewegt. Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Friede, 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 das ist Gott in mir. Der tief in meinem Herzen regiert, weich über Logik und Verstand existiert, sich als gemeinschaftlicher Friede in uns manifestiert. Friede, Friede, Friede beginnt auch in dir. Friede, 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 das ist Gott in dir. Dieser Friede, eins halt mit allen schafft, auch wenn's verrückt ist, hey, es gibt solche Kraft. Friede, Friede, Friede beginnt in mir. Friede, 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 Friede beginnt in mir. Friede, 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 das ist Gott in mir. Der tief in meinem Herzen regiert, Gott, Friede, 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 schlägt, Gott, Friede, 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 Friede beginnt in mir. Frieden, so manifestiert Frieden, in mir Frieden, so manifestiert 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 Vielen Dank.